Nantum Natharajasana ist eine Variation von Natharajasana. Nantum hat etwas sich Verneigendes zu tun, heißt mit Respekt zu sein. Nora zeigt, wie es geht. Von der aufgerichteten Stehhaltung ausgehend, beuge ein Knie und fass von hinten mit beiden Händen an den Fuß. Halte die Ferse am Gesäß und jetzt beuge dich nach vorne, so weit, dass der Oberschenkel und der Brustkorb parallel zum Boden sind. Du schaust dabei zum Boden hin. Diese Stellung dehnt dabei den Oberschenkel und macht den Quadrizeps flexibel. Es ist auch eine schöne Gleichgewichtsübung, welche Konzentration und innere Ruhe fördert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017